Max Cuisine Kühlschrankmatten hält ihre Lebensmittel länger, frisch und knackig. Wussten Sie, dass laut neuster Statistik jeder deutsche Lebensmittel im Wert von 330 Euro im Jahr einfach wegwirft? Ein Grund. Verdorbene Waren im Kühlschrank. Oder schlechte Gerüche an Lebensmitteln. Damit ist jetzt Schluss mit der Max Cuisine Kühlschrankmatte. Diese praktische Kühlschrankmatte hilft unangenehme Gerüche aus Ihrem Kühlschrank zu bekommen und schafft gleichzeitig ein hygienisches Klima. Neueste Technik macht es möglich. Die spezielle Zeolit-Mischung, die dauerhaft in den Max Cuisine Kühlschrankmatten verankert ist. Dieser spezielle Wirkstoff verbessert deutlich die Hygiene in Ihrem Kühlschrank. Und Ihre Lebensmittel können länger haltbar sein. Auch das entstehende Ethylengas beim Reifeprozess von Obst und Gemüse wird durch den Einsatz der Kühlschrankmatte der Umgebungsluft entzogen. Denn Lebensmittel sollten auch nach längerer Lagerzeit noch immer so aussehen. Knackig, appetitlich und frisch. Und die Kühlschrankmatte wirkt entfeuchtend. Also Schluss mit Nässe, Eisbildung und Schimmel. Die Max Cuisine Kühlschrankmatten sind auch ideal in Frischhaltedosen. Obstkörbchen, Schüsseln, Gewürz und allen Schränken, in denen Sie Lebensmittel aufbewahren. Und sie passen immer, denn sie werden individuell zugeschnitten. Die Reinigung ist kinderleicht. Nur mit einem feuchten Tuch abwischen, fertig. Halten auch Sie Ihre Lebensmittel länger frisch und knackig. Und lassen Sie gleichzeitig unangenehme Gerüche im Kühlschrank verschwinden. Sparen Sie bares Geld, denn wenn alles länger frisch bleibt, müssen Sie nichts mehr vorzeitig wegwerfen. Max Cuisine Kühlschrankmatten. Hier erhältlich.